Musik Feuilleton, Wulfiewicz Wulfiewicz besser als Russen, Hitler, Putin Russland ist eine totalitäre Diktatur und Wladimir Ilyich Putin der neue Russen-Hitler. Wahlfälschung gehört in diesem für bundesdeutsche Weißwurst-Äquatorianer mysteriösen Gebiet irgendwo zwischen Taiga und Tschernobyl ebenso zum tristen Alltag wie die Verfolgung von braven Oppositionellen. Kritische Menschen, die dem Regime im Weg sind, werden inhaftiert, wie etwa Michael Khodorkovsky, Sergej Udalsov, Horst Mahler oder Ilya Yashin. Dennoch behauptet Wladimir Putin, dieser Ehre von Moskau, wie die Bild titelte, in Russland gäbe es keine politischen Gefangenen. Dabei ist bekannt, dass in Russland sogar Journalisten als Oppositionelle verfolgt werden. In echten Demokratien hingegen ziehen Journalisten gegen Oppositionelle vom Leder. Sind es im Fall Griechenland bundesdeutsche Finanzbeamte, welche den verlotterten Hellenen wieder Zucht und Ordnung beibringen sollen, so bietet sich für Russland die Entsendung lupenreiner Demokraten an, welche an der Ostfront für eine tolerante und genderneutrale Zivilgesellschaft kämpfen, sowie für eine gerechte Verteilung der Erdölvorkommen an Shell, BP, Aral und Esser sorgen können. Es bleibt zu konstatieren, dass der charmante Christian Wulff einem wahrhaft demokratischen Russland weitaus besser zu Gesicht gestanden hätte, als dieser stocksteife Putin. Am demokratischen Wesen soll die ganze Welt genesen. Wir müssen also, trotz eines schmerzvollen Abschieds, unsere Vorzeigedemokraten in die dritte Welt exportieren. Allgemeine Wesen Untertitelung des ZDF, 2020